yo leute was geht ab und willkommen zu einem neuen video heute möchte ich euch alle admin sheets zeigen von allen kreaturen das heißt ihr habt da alle kreaturen aufgelistet von bären elefanten delphine alles ihr könnt ganz einfach das video schnell pausieren dann könnt ihr da schön ablesen ich habe alles in zwei videos also in zwei bildern aufgeteilt das erste ist grün und das zweite ist weiss leute ich hoffe euch hat das ganze tutorial gefallen man hört sich im neuen video wieder bye bye